In dunkler Zeit, die ohne Hoffnung schien, lebte einst ein kleines Mädchen, das nur Zuflucht finden konnte. In einer alten Legende, die es wieder zum Leben erwecken wollte. Der Legende von der verlorenen Seele einer Prinzessin aus einer anderen Welt, die eines Tages wiedergeboren wird. Zeichen werden ihre Rückkehr verkünden. Geheimnisse werden ihr Schicksal enthüllen. Eine Reise wird sie in ihren Bann ziehen. Nominiert für sechs Oscars. Tauchen sie ein in die fantastische Welt des Regisseurs Guillermo del Toro. Die Dunkelheit ist das Tor zum Licht. Das Elend ist der Weg zur Schönheit. Der Tod ist die Schwelle zum Leben. Pan's Labyrinth Die Dunkelheit ist das Tor zum Licht. Die Dunkelheit ist das Tor zum Licht. Die Dunkelheit ist das Tor. Die Dunkelheit ist das Tor zum Licht. Die D billset sie in ihrer Welt. Vielen Dank.